Einen wundervollen guten Tag zusammen, willkommen zurück. Heute wollen wir mit Docker einen E-Mail-Server aufsetzen und zwar Mail.co. Mail.co hat für euch alles vorbereitet, was man so brauchen könnte, das heißt da ist wirklich alles zusammen. Es benutzt allerdings sowohl Docker als auch Docker Compose. Und wer diese Dinge nicht kennt oder nicht weiß, was das jetzt gerade ist, der möge bitte zunächst einmal in unseren, in den früheren Videos quasi nachgucken, wie man Docker installiert etc. etc. Ich weiß, dass viele einfach nur hierher kommen und dann sagen, ich will das da. Aber ja, ist nicht so sinnvoll, zumindest die Installation solltet ihr haben und ihr müsst natürlich auch vielleicht noch die Konfiguration ein bisschen anpassen. Deswegen schaut da vorbei. So, die meisten von euch werden sich jetzt wahrscheinlich gerade auf einem V-Server befinden, wo sie dann Mail.co installieren wollen. Und dort fangen wir dann noch quasi an. Wir klonen erstmal in dem passenden Verzeichnis für euch das Repo von Mail.co. Das heißt, wir sagen hier HTTPS-Github.com slash Mail.co slash Mail.co minus Dockerized. Dockerized. So, das wird jetzt erstmal geklont. Git sollte bei euch auf dem V-Server definitiv installiert sein. Das hat noch nichts mit Docker oder sowas zu tun. Das ist einfach nur quasi die Vorbereitung, dass ihr erstmal alles runterladet, was da so ist. Denn wir können nicht einfach hier mit Mail.co anfangen zu arbeiten, ohne vorher ein kleines bisschen was gemacht zu haben. Wie eben zum Beispiel das Repository runterzuladen. Und ja, da muss man natürlich auch noch verschiedene Dinge anpassen, wie zum Beispiel Host und so weiter und so fort. Dein E-Mail-Server ist ein bisschen aufwendiger zu konfigurieren. Und deswegen, es gibt sogar hier bei Mail.co, das quasi alles für euch übernimmt, gibt es trotzdem ein paar Dinge, die man einrichten muss vorher. So, jetzt sind wir im richtigen Verzeichnis. Wir sehen hier, da ist Mail.co Dockerized. Wir gehen in das Verzeichnis rein und schauen uns das mal an. So, hier gibt es ein Skript, das, oder hier gibt es zumindest auch mal die Docker Compose YML. Das ist euer erster Kontakt mit Docker Compose. Und ja, das wird viel Spaß sein. Aber wie gesagt, wir arbeiten mit Docker Compose noch sehr ausführlich. Das soll jetzt einfach nur quasi ein kurzes Intro sozusagen sein. Wir müssen allerdings zunächst einmal hier die generateconfig.sh ausführen. Und hier dann eben die passenden Werte eintragen. Also zum Beispiel mail.the-morpheus.de. Dann Timezone Europa Berlin ist okay für mich. Und dann haben wir schon unsere Mail.co Konfigurationsdatei. Wir gucken uns mal ganz kurz an, wie die eigentlich aussieht. Wir gehen mal rein mit Cut. Und dann sehen wir hier, hier ist wirklich sehr, sehr viel dabei. Hier kann man auch sehr, sehr viel noch anpassen. Das ist im Endeffekt die Datei, ich mache sie mal mit gedit auf, die ihr dann auch verändern könnt, wenn ihr andere Einstellungen haben wollt. So, so ist vielleicht ein bisschen angenehmer. Und zwar, also das mit Hashtag vorne dran ist quasi immer eine Erklärung, was das eigentlich ist. Hier ist der Host dem, das ist quasi, wo euer E-Mail-Server ist. Ihr braucht eine Domain dafür. Dann euren Datenbankname, euer Datenbankbenutzer. Das ist alles völlig okay. Euer Datenbankpasswort, euer Datenbankrootpasswort. Das könnt ihr von mir aus gerade gerne lesen bei mir, weil ich werde das Ding nicht produktiv einsetzen. Aber es ist sehr, sehr gefährlich, wenn ihr diese Dinge hier irgendjemand anders zeigt, wenn ihr das auch wirklich einsetzen wollt, tatsächlich. Okay, dann hier dran würde ich nichts ändern. Das sind die Ports, wo man quasi HTTP und HTTPS haben möchte. Dann haben wir hier die Ports für SMTP, SMTP Secure, Submission Port und so weiter und so fort. Die ganzen Ports und die IP-Adressen, da solltet ihr nichts dran ändern. Dann, Timezone sollte auch passen. Auch der Rest ist für euch schon alles vorgefertigt. Hier haben wir die Möglichkeit, ein Zertifikat, also damit quasi HTTPS aktiviert wird, automatisch auf Ja oder halt zu bekommen. Wenn ihr das hier auf Ja setzt, dann wird das Zertifikat übersprungen. Das solltet ihr nicht tun. In meinem Fall muss ich es allerdings tun, denn ich bin jetzt gerade nicht auf einem richtigen Server drauf. Also ihr solltet da ein N stehen haben. Ich muss allerdings bei mir ein Ja reinschreiben, also ein Y für Yes. Denn ich bin, wie gesagt, hier gerade nicht auf einem Server. Das heißt, ich kann kein Zertifikat beantragen. Das funktioniert tatsächlich einfach nicht. So, dann geht es hier weiter. Hier auch die Möglichkeit, dass ihr einen Watchdog verwendet. Das ist allerdings experimentell. Der quasi Container neu startet, die gerade nicht richtig funktionieren, weil das hin und wieder mal abbrechen kann. Hier kann man auch die E-Mails anschalten, falls man Benachrichtigungen haben möchte, wenn irgendwas schief gelaufen ist. Genau, dann haben wir hier eben, wie viele Zeilen gelockt werden sollen. Wir haben das Netzwerk in IPv4, IPv6. Das kann man alles theoretisch ändern, brauchen wir aber alles hier nicht. Ich würde euch empfehlen, das genau so zu lassen, wie das quasi da schon drin steht. So, jetzt sind wir im richtigen Ordner und wir haben hier unten eine Docker-Compose.yml. Das ist die Datei, die quasi die Docker-File für Docker-Compose ist. Also die etwas komplexere Docker-File, die mehrere Services miteinander vereinbaren kann. Okay, stellt es euch mal so vor, ohne jetzt genau zu wissen, was Docker-Compose tut. Gut, was wir jetzt als erstes machen müssen, ist, wir müssen als erstes mal die ganzen Images runterladen. Das heißt, wir geben hier ein Docker-Compose-Pull. So, seht ihr, was ich gerade gemeint habe? Das ist einer dieser berühmten Fehler, wo Abhängigkeiten kaputt gegangen sind. Docker-Compose nutzt, also für die Leute, die jetzt gerade ein bisschen Interesse hinten dran haben, Docker-Compose nutzt Python. Python hat Bibliotheken, zum Beispiel Requests und Requests hat bei mir die Version, keine Ahnung, früher gehabt, 2.14 oder sowas gehabt und wir brauchen eine neuere Variante dafür, für Docker-Compose. Allerdings brauchte ich diese alte Version, um BlockCypher, eine Bibliothek, die man mit Blockchain verwenden kann, zu verwenden. Das heißt, ich musste erstmal diese BlockCypher-Bibliothek rausschmeißen und dann kann ich jetzt wieder diese neue Variante hier verwenden, also die aktuelle Variante von Python-Requests. Ja, und deswegen hat das nicht funktioniert. Außerdem brauche ich hier natürlich Sudo, sonst funktioniert hier gar nichts, denn bei mir läuft das Ganze über Sudo. So, ja, okay, das war ein kleines bisschen neben raus quasi. Und ja, wir sehen jetzt hier, was gerade passiert. Wir pullen alle Images, die Docker-Compose verwendet. Wir gehen mal ganz kurz rein in die Docker-Compose. Okay, wow, ich hatte gerade echt seltsame Interaktionen hier auf meinem System, die ich gerade nicht verstanden habe, was irgendwie auch sehr seltsam ist. Normalerweise verstehe ich, was hier abgeht. Okay, auf jeden Fall sehen wir in der Docker-Compose, das ist jetzt ein kleines bisschen Vorausblick, was alles noch auf euch zukommt, während das hier runterlädt. Wer es nicht wissen will, der kann es gerne überspringen. Wir sehen hier, wir benutzen mehrere Images. Das heißt, einmal Unbound-Mail-Cow, einmal MySQL-Mail-Cow, einmal Redis-Mail-Cow, SQL und, äh, oder MySQL und Redis sind beides Datenbanken, Clam-D-Mail-Cow, R-Spam-D-Mail-Cow und so weiter und so weiter. Also einen ganzen, ganzen Haufen mit sehr, 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 sehr vielen komischen Dingern, die wir alle in einer einzigen Datei zusammenführen und die dann am Ende auch wirklich alle auf einmal gestartet werden. Nun, natürlich brauchen diese ganzen Dinger hier ein wenig mehr. Das heißt, wir laden hier erstmal Mail-Cow-Unbound runter. Mail-Cow-Unbound wiederum basiert auf einem Image von, was weiß ich was und so weiter und so fort. Das heißt, wir wissen, hier ist einiges im Hintergrund, was runtergeladen werden muss, was auch erklärt, warum das hier so ewig dauert, vor allem, weil ich eine langsame Leitung habe. Alles klar, das heißt, ich pausiere euch mal so lange und wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. So, wenn ihr das geschafft habt, dann müsst ihr, also es hat schon seine Zeit gedauert bei mir, aber ja, wie gesagt, ihr schneidt das raus. Dann müsst ihr eigentlich nur noch angeben, Docker-Compose und dann Up-D. Damit sagt ihr, bitte nutzt diese Docker-Compose-Datei, um eben genau dieses Ding hier zu hosten. Ja, ich habe zu lange offensichtlich nichts mehr getan. Und anschließend läuft euer wunderbarer Mail-Cow-Server. Das heißt, der Mail-Cow-Dockerized-Server natürlich. So, wenn ich das jetzt bei mir starte, dann kommt hier der Mail-Cow-UI-Service quasi. Das heißt, ich kann mich hier tatsächlich anmelden. Achtung, bei mir ist es nicht HTTPS. Wie gesagt, bei euch wird das über HTTPS sein, wenn ihr da den Haken auf Ja gesetzt lasst. Und dann müsst ihr natürlich hier in eurem Fall dann, oder in meinem Fall, so wie ich das angegeben habe, mail.the-morphos.de machen, was natürlich hier nicht funktioniert, weil es nur lokal bei mir läuft. Wenn ihr das aber auf einem Server macht, dann könnt ihr danach über die Domain drauf zugreifen, so wie ihr das gerne wollt. Okay, die Maker-UI hat hier einige, naja, einige Sachen für euch zur Verfügung. Und zwar zunächst einmal können wir hier uns anmelden mit den Default-Credentials, also den Standard-Anmelded-Dingern. Admin und MooHoo. Ich schreibe das mal nochmal ganz kurz hin. Also hier Admin ist der Benutzername, das Passwort lautet MooHoo. Ja, und das ist immer so, zumindest bis ihr es geändert habt. Natürlich solltet ihr das ganz, ganz dringend ändern, indem ihr hier zum Beispiel Bearbeiten drückt und dann ein neues Passwort eingebt. Ähm, ja, und da könnt ihr sogar noch überprüfen, ob das vielleicht ein schwaches Passwort ist oder ein eher starkes. Zwei-Faktor-Authentifizierung sollte sowieso auch angeschaltet sein. Und ja, dann habt ihr es eigentlich auch schon. Dann habt ihr Mekau eingerichtet, beziehungsweise habt auf jeden Fall den Server aufgesetzt. Wegen der Einrichtung, das dürft ihr selber machen. Das ist eigentlich nicht wirklich viel. Mekau ist relativ selbst erklärend. Und dazu habe ich aber auch schon mal ein Video gemacht in einer anderen Playlist. Das ist genau gleich wie das. Da könnt ihr einfach mal in meiner Server einrichten-Playlist nachgucken. Und dann könnt ihr da das machen. Also wie gesagt, das ist jetzt nur quasi zu zeigen, wie man mit Docker einen Mail-Core-Server installiert. Nicht irgendwie jetzt noch die Administration hier. Wenn ihr natürlich Fragen habt, dann könnt ihr mir natürlich auch gerne schreiben. Dann hilfe ich euch da sicher weiter. Und ja, das war es von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.